... von Rapid über den sechsfachen Europa-Cup-Sieger Real 1956. Alle drei Tore von einem Verteidiger, von Ernst Happel. Oder der unglaubliche 7 zu 0 Triumph des Wiener Sportclubs über das italienische Star-Ensemble von Juventus Turin. Josef Hammerl wird mit vier Toren zum Helden des Abends. Die weiteren Treffer erzielen im Oktober 1958 Skerlan und zweimal Erich Hof. Ein Unruh.